18 erst suchst du hier mal die 18 raus weil wir sind ja auch schon fast am ende also es dauert ja bald nicht mehr lange und ich mal er hätte schon wieder aussuchen können sehe ich gerade also ich muss jetzt selber mal eben kurz gucken denn beim deutsch haben wir oben im bügel auch dann gemacht den haben wir jetzt auch dran gemacht das wäre jetzt quasi das gleiche gewesen nur ohne bügel und das wird dann die löcher damit zu machen jetzt haben wir den bügel natürlich dran weil ich finde so ein schlepper mit bügel sieht schon irgendwie cooler aus als ohne also dieser bügel den ich zeige ihn euch mal ganz kurz diesen bügel den kann man ja auch weglassen und dann hätten wir hier die löcher dementsprechend zu machen müssen die haben wir jetzt nicht zugemacht weil wir halten den haben wir ja mal zugemacht haben aber jetzt den überrollbügel dran und ich glaube wie den lassen wir auch dann das heißt heute wird es eine ganz 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 kurze folge so das sind diese beiden teile die lassen wir hier auch dann weil sonst gehen die zu schnell verloren wir lassen den überrollbügel dran heißt heute haben wir nicht zu stecken denn erst morgen bei der nummer 19 gibt es wieder was zum zusammenbauen und das macht dann der luca von daher legen wir das zur seite und dann gibt es noch eine kleinigkeit zu sagen und die sagt euch der luca wie immer genau so sieht es aus euer teute und euer luca tschüss absen Tschüss.